Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation Part 28. Und in diesem Part soll ich wieder ein paar Leute grüßen. Einmal hier, die Zombie Suite, meine Freundin, sie heißt Marie. Was reimt sich alles auf Marie? Marie, sag niemals nie. Marie, bist du etwa die Tochter von Bruce Lee? Marie, fick dich ins... Okay, lassen wir es lieber. Okay, dann hier, der LBP2-Fan, mich. Ja, aber du hast da vorher geschrieben, bitte grüß mal den Killerpenner, dann hast du die Nachricht umgeändert in mich. Aber ich habe es genau gesehen. Deswegen grüße ich jetzt einfach mal den Killerpenner. Hallo Killerpenner. Wenn es dich wirklich gibt und wenn du wirklich so heißt, dann würde ich mir ganz schnell einen Strick suchen. Aber okay. So, nächstes Kommentar, der Kugelok. Schöner Name. Grüß bitte meine zwei Meerschweinchen, Wusch und Katharina. Jetzt habe ich mir Schockfreude, dass Adolf und Günther kommt. Aber okay. Wusch und Katharina ist auch nicht schlecht. Hallo Wusch und Hallo Katharina. Ihr könnt gerne mal vorbeikommen, ich habe ja auch ein Meerschweinchen. Da könnt ihr mal ein bisschen plaudern, ein bisschen Karotte essen und so weiter. Macht bestimmt ganz viel Spaß. Dann hier die Lina Engel. Hi, kannst du meine Schwester grüßen? Sie heißt Aisu. Da gibt es doch dieses Lied. Aisha, Aisha. Passing me by. Aisu, Aisu, lutsch mein Ei. Oh fuck, tut mir echt leid. Ne, hallo Aisu. Ja, was geht ab? Und dann hat sie hier noch geschrieben, meine Schwester liebt dich. Oh, okay. Das hat mich jetzt überrascht. Ne, es tut mir echt leid, aber ich bin schon vergeben. Ja, ich liebe meine Sarah und da wird sich auch nichts ändern. Tut mir echt leid. Bitte seid so traurig. Aber so ist es lebe. Geh einfach zum Burger King und ess irgendwie einen Burger. Dann geht es mir, also ich persönlich mache das dann immer. Dann geht es mir immer gut. Also, ja. Tut mir leid. Ich glaube gerade schon wieder scheiße. Das wird nachher bestimmt lustig. Okay, so, dann das nächste Kommentar ist von der Michaela Sangmeister. Jetzt habe ich was vergessen. Kannst du mich auch grüßen? Aber wenn, dann bitte nicht mit Michaela, sondern mit Melina. Ach so, also du heisst Melina. Also, hallo Anilem. Das war dein Name rückwärts. Das hättest du jetzt nicht erwartet, hm? Aber ich bin halt ein Profi. Oh mein, okay. Ja, hi Melina. Yo. Servus. So, dann hier nochmal die Melina. Mein Freund Marcel. Aber sag dann nicht Marcel, sondern Micky Buben Döner-Tasche. Bist du sicher, dass dein Freund ein Mensch ist? Aber okay. Äh, ja, hallo Micky Buben Döner-Taschen Marcel. Hallo. Meine Freundin Lilly. Hallo Lilly. Da fällt mir zwar nichts dazu ein. Lilly ist schon ein schöner Name. Kurz und knackig. So muss sein. Okay, so, ich glaube das waren jetzt alle, oder? Ah, ne, hier noch. Hier, die XOI X76. Du bist so coooool. Irgendwann später. Coool. Grüße mein Handtuch. Manchmal denke ich mir so, wieso bin ich eigentlich auf die Welt gekommen? Und dann weiß ich, ach so, weil ich Handtücher grüßen muss. Aber okay. Hallo. Sorry, Handtuch. Ich muss gleich weinen. Okay, scharfe eins. Könntest du meine zwei Hunde, Seppi und Fanny grüßen? Ich denke mal, Seppi ist ein Junge und Fanny ist ein Mädchen. Also könnt schon so, dass die Junge kriegt. Außer der Seppi ist schwul. Dann wahrscheinlich nicht. Aber okay. Ähm, dann hat hier noch einer geschrieben. So ein Amerikaner, sei los. Trinkuh nass. Ich habe kein Problem, ich muss es aussprechen. Hey XY, Klankeler 2. Do you get money for YouTube? Also verdienst du Geld mit YouTube? Ja, ne, weiß ich. Ich mache es freiwillig. Also, wie kann man so eine Frage stellen? Also echt. Ja, okay, dann legen wir einfach mal los. Uuuh. Das hat jetzt schon wieder lang genug gedauert. Hallo? Oh scheiße, da hinten steht der Alien, meine Freunde. Hey, du Spaß. Alter, wie der da, guck mal, wie der da steht. Hallo? Ah, was will der Assi? Scheiße! Ah, ah, ah! Oh, ja! Ja. Also, es fängt schon mal recht gut an. Übrigens, ich war vorher in McDonald's mit ein paar Kumpels, also nach der Schule. Ähm, und da hat, also das war morgens und da hatte ich so ein, so ein McMuffin-Fresh-Chicken. Und, äh, ja, also ich will gar nicht wissen, was da drin war. Wahrscheinlich hatte das, äh, Hühnchen wahrscheinlich irgendwie Ebola oder so. Aber ich hab's trotzdem gegessen. Okay, ich geh jetzt einfach mal hier hoch. Scheiß drauf, keine Ahnung, was da oben ist. Jetzt gucken wir einfach mal, ich weiß gar nicht, was ich machen muss, ich hab keinen Plan. Hallo? Ist irgendjemand? Was? Was? Okay, scheiß drauf. Ich glaube, ich bin hier richtig. Alter, das ist ja echt cool. Das erste Mal, dass ich ein richtiger Weg gefunden habe. Was? Okay, was haben wir hier? Einen Notknopf. Drücken wir doch einfach mal. Oh, scheiße! Okay, fuck! Jetzt sind wir ein Problem. Oh, das war schon knapp. Das war richtig knapp, Alter! Hey, Alien! Ha, guckt euch mal an, da steht da so, ich bin geistig behindert. Ich hab nix zum Scheiße, außer einen Mensch zu suchen, weil ich ein Schwuchtel bin. Guck mal, mein Schwanz, mein Schwanz ist so klein. Was red ich gerade schon wieder? Wow! Und ich war wie Baby, 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 Oh, wie Baby, 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 Oh, wie Baby, Ich frag mich ständig, wieso ich nicht zu DSDS gegangen bin. Ohne Witz, ich werde neuer Justin Bieber geworden. Und ich war wie Baby, 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 Okay, ich hör auf. Ähm, okay, so, ich muss, glaube ich, hier raus. Was muss ich eigentlich machen? Ich muss da, glaube ich, irgendwas drücken, oder? Oder bin ich ja... Nee, ich muss da hintere. Jetzt müssen wir warten, bis die Kamera weg ist. Scheiße, jetzt bin ich schon wieder im Spind. Leute, ich seh es nicht ein. Was steht da? Unicorn, oder? Nee, Fix, äh, Fix Aircon. Aircon. Was heißt das? Ich hab keinen Plan. Okay. Alter, jetzt kommt der einen schon wieder runter. Oh, nee, wenn das jetzt schon wieder so anfängt, dann kotze ich. Ich seh es nicht ein. Was soll das? Ich geh da jetzt raus. Mir reicht's. Hey du, hey du dicker Hund. Hey, ich bin hier. What the fuck? Ja, genau. Für was hab ich eigentlich den scheiß Flammenwerfer? Oh, schieß mal einfach mal, macht ja nichts. Passiert nichts. Ach, der Alien, der Alien, das ist ein russischer Schwerpanzer, der hält alles aus. Der hält alles aus. Ja, genau. Das regt mich schon wieder auf. Das regt mich schon wieder richtig auf. Ich bin gerade so aggressiv. Ohne Witz. Eigentlich hätten wir ja heute Zeugnisse bekommen in der Schule. Aber die Lehrer sind wieder so scheiße und lahm, so wie halt Lehrer sind. Scheiße und lahm. Sie sind jeden Tag schlecht drauf und am liebsten würde ich jeden Tag zum Lehrer hingehen und ihm einfach eine Fresse schlage so. Hey Lehrer, was geht ab? Komm, willst du einen aufs Maul? Ja Daniel, ich bin heute wieder ein Hurensohn. Aber okay. Hallo? Oh. Bitte, 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 bring mich nicht um. Du Spast. Okay, ich glaube, ich bin hier richtig. Oh. Okay. Hallo Alien. Ich habe dich genau gehört. Wie er immer so runterkommt, so bam, jetzt bin ich da. Jetzt bist du am Arsch, Daniel. Jetzt bist du richtig am Arsch. Und jetzt bin ich da. Wie stell's noch da? Habe ich jetzt was gemacht? Was habe ich jetzt gemacht? Das habe ich schon wieder nicht gelesen, was ich gemacht habe. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe einen Schalter gedrückt. Ja, das mache ich am Tag zehnmal. Hallo? Hallo? Ich meine es ernst. Ist da irgendjemand? Ich fühle mich so allein. Ohne Witz. Das wird einfach kein Mensch machen. So auf dem Raumschiff rumlaufen, so. Ja, lauf mal einfach mal rum. Hier ist irgendwo ein Alien. Der ist irgendwie brutal gemeingefährlich, aber okay. Jetzt muss ich zurück. Ich muss zurück. Oh, ich glaube, der kommt. quiltart. Fuck. Oh mein though. Alter, wie der Darkstein, der ist so. Ich glaube, ich habe mir in die Hose gekackt. Oh mein Gott, ich habe gerade voll den Herzinfarkt, Was ist mit der Kamera los? Sieht die mich immer noch? Alter, was ist da los? Hey, du Kamera! Verpiss dich! Ey, wenn jetzt der Alien kommt und mich da rauszieht... Dann haben wir ein Problem! Was ist das für eine Musik? Sei leise! Ah! Hallo? Ich bin dein Freund! Oh! Ich glaube, der ist weg, aber ich bin mir nicht sicher. Wieso zeigt diese behinderte Kamera immer noch auf mich? Kann die doch ein Spinn durchgucken? So! Die neueste Röntgenkamera der Welt! Äh... Keine Ahnung! Okay, äh... Ich gehe einfach mal raus, glaube ich. Oder? Ja, aber dann sieht die mich ja. Ich bin so ein Marsch. Wo ist der Alien? Irgendwo rechts. Oh Mann, Leute, ey. Ich muss die ganze Zeit aufstoßen, weil ich... Ich hab grad so viel Cola trunke. Uhhh... Aber das Problem ist, ich kann gar nicht richtig aufstoßen, weil ich dann fast kotzen muss. Ist das... Hahaha! Hallo? Hahahaha! 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 Du Spaß! Oho! Hahahaha! Wo muss ich hin? Oh fuck! Ich bin im Arsch. Schnell, geh auf! Heuja! Alter! Leute, ich hab keinen Schuss mehr mit dem Flammenwerfer. Ich bin im Arsch. Ich bin richtig am Arsch. So, was steht hier auf dem Zettel? Ich war... Ich war ein schwules Kind. Und ich wurde nie bezahlt. Deswegen hab ich einen Zettel geschrieben. Und jetzt geht's mir wieder gut. Okay. Und, ja. Wow. Sieht irgendwie aus wie die Alpen. Alter, was macht denn der Alien so? Ich glaub, ich geh mal aus dem Schacht. Ach, dann gehen wir mal wieder rein. Oh ne, ich glaub, ich geh doch wieder raus. Ach, wisst ihr was? Gehen wir doch wieder in den Schacht rein. Oh ne, komm, ich geh wieder raus. Durch mein Lebensstil. Der Lebensstil eines Aliens. Hey, hallo, ich bin geistig behindert. Ich bin der Alien. Und wie geht's euch so? So, jetzt gehen wir erstmal zum Daniel hin, dass er auch schön Angst kriegt. Und jetzt gehen wir wieder weg, dass er noch mehr Angst kriegt. Okay. Ich geh sowieso gleich raus. Und mir ist alles scheißegal. Weil der Alien mir richtig fett an meinem Popo vorbeigeht. Okay. Ist der noch da? Der ist noch da, weil es ja ein Missgeburt ist. Das hab ich ja ganz vergessen. Stimmt ja eigentlich. Ich hätte den Alien eigentlich mal irgendwie taufen sollen. Wie soll ich den Alien taufen? Schreibt mal nen Name für den Alien in die Kommentare. Irgendeinen Name. Schreibt einfach mal rein, was euch einfällt. Wie ich den Alien nennen soll. Und dann nehme ich irgendeins, okay? So machen wir's. Ich wär für Adolf. Aber okay. Hey, ich glaub der ist weg. Und ich war wie Baby, Baby, Baby. Uuuuuh. 2, 7, 4, 3. Vor was ist der Code? Wo muss ich jetzt hin? Hallo? Alter, ich hab richtig Angst. Ja, nicht nicht. Okay, ich hab noch Zeit. Bei uns ist übrigens grad ein richtiger Schneesturm. Also es liegt saumäßig Schnee draußen. Ich bin, äh... Vorher... von der Schule heimgelaufen. Ah, jetzt ist schon wieder draußen der Assi. Hey du fettes Kind! Verpiss dich! Komm, geh weg! Komm! Komm! Da drüben sind halt Leute! Schnappst du dir, Digga! Okay. Ähm... Ja, auf jeden Fall bin ich heimgelaufen. Und das war so rutschig. Ohne Witz. Ich hab mir, glaub ich, zehnmal das Knie verrenkt. Das... das war echt schlimm. Da kannst du nicht laufen. Oh, guck mal da ist der Elchen. Äh... Ich glaub ich hab irgendwas vergessen. Äh... Achso, ja. Ich wollte mir ja noch ein Nutella-Brot schmiere. Oh... Nee halt. Das hab ich ja schon gegessen. Oh... Guck mal. Ich bin schwul. Oh, was haben wir hier? Ein paar Labortests. Sehr interessant. Vielleicht ist da ja ein Mensch in so einer kleinen Box. Das wär sehr realistisch. Aber wir wissen ja nie, meine Freunde. Dann gehen wir einfach mal wieder in der Schacht hoch. Und ja... Da... Das Leben des Aliens. Wie immer halt. Okay, schon weg. Ich muss wieder zurück. Und ich war wie Baby, Baby, Adolf... Und ich war wie Baby, Baby, Adolf... Oh... Und ich hab doch ne Ionenschneider. Leute! Hä? 2... 2... 7... 4... 3 war der Code, glaub ich. Ah! 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 Alter! Das war schon knapp. Ah! Hallo? Okay, 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 okay. Komm schon! 2... 7... 4... 3... Yeah! Toll! fun! Für das hab ich jetzt den scheiß Code eingesammelt Halt, das heißt ich war ja komplett umsonst. Wo ist der Alien? Ich hab irgendwie Angst. Ja, der packt einen... Sticht da ein Loch ins Kopf. Äh, in was? Ein Loch ins Kopf? Achso, ja. Daniel, gutes Deutsch. Ich hab ne einzelne Deutsch und ich kann ne Deutsch reden, also... Super! Hab ich jetzt, hab ich mir jetzt ein Highpack? Ah, ja. Ja, nimm's mal los. Ah, ja, richtig tief rein! Das tut ja auch gar nicht weh. Okay, Leute, ich glaub, der ist weg. Mission Impossible. Und das lebt mir. Ich bin schwul. Ich bin schwul. Ich bin schwul. Ich bin schwul. Tom, groß. Du, 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 du... Oh, schnell, speichern! Oh, ja! Komm schon! Amanda! Yes! Ja! Amanda, Amanda, ich bin einfach stolz auf dich. Du hast so was gebracht in deinem Leben. Nein, eigentlich nicht. Okay. Hallo? Wo muss ich hin? Darunter? Hä? Bin ich hier richtig? Okay, ich muss dahintere. Okay, ich hab's schon verstanden, meine Freunde. Ja. Jetzt nach links. Ah! Oh nein. Oh nein, bitte gib mir alles, aber keinen Schacht. Da hab ich echt keinen Bock drauf. Und ich hab keinen Flammenwerfer mehr. Also ich hab keinen Schuss mehr, ich bin so am Arsch. Leute! Ich bin... offiziell am Arsch. Muss ich da raus? Okay, schnell. Scheiß drauf. Hä? Bin ich hier richtig? Scheiß drauf! Oh, ich bin grad so angespannt. Alter! Geh auf! Jetzt ist hier so ne richtig schwule Kamera. Alter, was soll das? Wenn jetzt der Alien kommt! Oh scheiße, beeil dich! Hey, ich hab's eilig! Okay, du fettes Sau! Oh fuck! Leute, ich bin am Arsch! Fuck! Okay! Geh mal... Geh mal... Geh mal da rein! Scheiße, ich muss mal kurz meine Batterie auf... Ach, das kann ich hier drin, galt! Ach, richtig gut! Und... Wow! Was haben wir hier für ein Bild? Ein Vater... Mit seinem Sohn... Oder was das auch immer ist... Ein dickes Kind... Und ein dünnes Kind... Ein dickes und dünnes Kind... Und... Ne, das ist ne Mutter, oder? Ist das der Vater? Ja, kein Plan! Und was haben wir hier? Auch so ein schönes Bild... Ja, und sonst nix... Okay, ich glaub, der ist weg! Geh raus! Ich glaub, ich muss einfach zurück! Okay, jetzt hab ich wieder Batterie! Endlich! Okay, ich steh auf! Was? Ah! Ja! Ja! Oh oh! Okay, so, das war schon mal gut! Und jetzt? Jetzt muss ich nochmal so einen scheiß Schalter betätigen! Das macht keinen Spaß, Leute! Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll! Ich bin halt wieder richtig verwirrt, so! I'm blue da-ba-di-da-ba-di... Ohne Witz! Seitdem ich Karaoke-Party aufgenommen hab, hab ich von dem scheiß lieben Ohrwurm... I'm blue da-ba-di-da-ba-di... 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 I have a blue house! Das gibt mir nicht mehr aus dem Kopf! Das bleibt jetzt für immer in meinem Gehirn! Ohne Witz! Ich glaub, der Hölle ist weg! I'm blue da-ba-di-da-ba-di... Ohne Witz! Ich wär richtig gut, wenn ich das schaffen würde, ohne zu sterben! Ohne Witz! Ich wär richtig gut! Ich brauch mal ein bisschen Flammenwerfen-Munition! Jaaa! Oh, oh, fuck! Fuck! Hilfe! Hilfe! Aber immerhin hab ich jetzt wieder Flammenwerfen-Munition! Das ist ja eigentlich schon mal das Wichtigste! Wieso erfasst die Kamera den Alien eigentlich nicht? Willt ihr mich verarschen? Oh, fuck! Hier ist ein fucking Schacht! Alter! Hilfe! 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 Ach, es hört mich ja eh niemand! Weil ich ja allein bin! Stimmt! Mir hilft ja niemand, obwohl's ja genug auf dem Raumschiff gibt! Aber ich muss ja alles alleine machen! Und ich bin ne Frau! Aber okay! Sonst noch ein Wunsch! Mach's einen Big Mac! Tut mir leid! Hab ich gerade nicht! Okay, ich glaub der ist echt weg! Steh auf, los! Gandalf! Schnell! Ich will kurz speichern! Das wär jetzt nämlich sehr wichtig! Und da vorne ist ja eine Speicherstation! Hey! Susi! Gib's dich auch noch! Oh, fuck! Hier ist so ne scheiß Kamera! Hier sind überall Kameras, alter! Alter! Ich kann nimmer! Ohne Witz! Ich kann einfach nimmer! Ich glaub ich bin in den Part jetzt bald! Ok! Also, ähm... Susi! Wir werden hier verrecken, das ist Ihnen klar, oder? Ich nenn dich Frederica. Hey Frederica! Frederica. Ohne Witz, dein Hals ist so dick wie dein Kopf, das ist einfach so. Warst du da schonmal beim Arzt? Weil das ist schon heftig, also. Und deine Schuhe ist auch sehr klein. Ah! Ohne Witz, dein Hals ist so dick wie dein Kopf. Der Nudtensohn, ey! Da freut man sich doch gleich wieder, wenn der fette Sack kommt und einem Loch in der Kopf rein sticht. Ohne Witz, ich glaub ich bin jetzt insgesamt schon über 100 Mal gestorben. Und alles wegen der dicken Frau hier. Hoppala. Das war ganz versehentlich. Haha. Und da kommt auch gleich wieder der Alien. Ja okay Leute, ich glaube ich beende den Part. Ich weiß gerade genau wie lange der geht, weil ich habe jetzt am Anfang ein bisschen scheiße gelabert und dann habe ich nochmal neu aufgenommen. Jetzt läuft die Aufnahme noch. Bei mir geht der Part gerade 35 Minuten. Ich habe keinen Plan wie bei euch geht, aber... Ja, das lief jetzt wieder ein bisschen scheiße. Aber gut, was müssen wir machen? Stimmt's, du Hure. Ha! Frederica. Haha, ich habe ja gerade voll eine Dose ins Gesicht gekickt. Hör, wir sind Dosen ins Gesicht. Hör mir alles ziemlich komisch vor, oder nicht? Alter, da kann man voll Fußball spielen. So, hey, yo. Guckt euch mal eine Dribbelkünste. Alter, da drin ist der Alien. Hey, du Dickkopf. Hallo. Oh, scheiße. Hey, ich bin hier. Oh, ja. Oh. Ähm, das ist keine gute Idee. Frederica, das ist keine gute Idee, wie man sich da so versteckt. Oh! Hallo? Ich glaube, der kommt gleich wieder. Scheiße. Wisst ihr was? Ich versuch, den mal zu schocke. Ich gucke mal, ob das geht. Ich bin hier! Los! Ich find's so geil, wenn ich zum Schluss immer Scheiße machen kann. Das macht so Spaß. Ich kann da geil aufhören. Stimmt's, Frederica? Hallo? Ich will dir nochmal die Dose ins Gesicht kicken. Ich krieg dir meinen Eimer ins Gesicht. Haha! Hä? Oh. Bitte, bring mich um. Schon heftig. Ich find's so geil, das macht so Spaß. Es ist einfach göttlich. Stimmt's. Und wie geht's dir so? Ja, schon scheiße, oder? Siehst echt hübsch aus. Hallo? Oh, jetzt kommt er von hier, der Assi. Du Degg-Eskent. Hey, ich bin hier, Adolf. Oh, ich hab irgendwie Angst. Hallo? Tell the HBs. Tipsy. Komm doch. Was siehst du schlecht? Ich bin gar nicht behindert. Ähm. Alter, fuck! Ah! 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 Nein! Nein! Bitte! Ich liebe es immer wieder, wenn du dir meine Hand, wenn du dir, wenn du mir deine Hand, ja sowas richtig, wenn du mir deine Hand ins Gesicht streckst, reinschlägst. Ich hab keinen Plan. Ich weiß doch gar nicht, was der Spaß da macht. Leute, ich beende den. Alter! Bei uns schneidet's gerade richtig. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich drehe mal kurz die Cam rum. Da ist übrigens das Pohstoff von der Shakira. Yeah! Und da draußen schneidet's gerade. Da draußen schneidet's gerade. Was sieht gar nichts, aber okay. Ja gut, Leute. Ich hoffe... Wow. Okay, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Und ja, also. Schreibt mal rein, wie ich den Alien nennen soll. Das wäre sehr nett von euch. Also bis dann. Ciao!